Ja, ich habe ein paar wunderbare Unterlander Begriffe, oder Tiroler Begriffe, aber die meisten sind aus dem Unterland, also mir geläufig, weil im Oberlandtag klinge ich mich auch meistens aus. Was ist Barstadt? Barstadt ist ein Teufel, wenn ich so sage, es ist Barstadt. Wie sage ich das jetzt? Ja, so ein Barstadt, ein Teufel. Die Frage ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, entweder es ist so ein bisschen so tollpatschig. Nein, das ist ein Barstadt, das war ein Barstadt, ein Barstadt bist, du bist auch ein Barstadt, ein Teufel. Also das, was ich jetzt gedacht habe, war ein Tollpatsch, aber das trifft eigentlich nicht so. Nein, das bist du nicht, ein Barstadt, du bist ein Barstadt, ein Teufel. Boah, du bist definitiv gepostet, aber ich nicht. Puh. Schwierig. Hast du ja schon drauf? Die Hand. Hast du ja schon die Hand drauf? Ja, fertig. Ein Mensch. Was ist ein Znirchtl? Ein Znirchtl, ja. Das ist ja kein blöds Znirchtl. Ja, unnütz. Nein, nein, der Dings ist ein Znirchtl. Wir haben zwei, drei Znirchtl in der Mannschaft. Ausländer. Nein, nein. Du warst nicht. Ein Znirchtl, zwei, drei Znirchtl. Der Sean und der Riederfluss sind Znirchtl. Ah, eine kleine. Ja, genau. Das sind Znirchtl. Was ist ein Lothar? Ein grosser Lothar. Ein Leiter. Nein. Ein Lothar. Ein Lothar. Ein Lothar. Ein Lothar. Ein Lothar. Ein Lothar. Nein, ein grosser Lothar. Du bist jetzt nicht so ein grosser Lothar. Ja, ein grosser Mann. Ja, genau. Der Leiter ist ja nicht schlecht. Ja, ja. Wir lieben Tirol. Wir lieben Musik. Live Radio.